Bonjour! Schön, dass Sie wieder beim neuen A+. und bei Cornelsen vorbeischauen. Es gibt nämlich wieder etwas zu berichten. Schauen wir doch mal zusammen. Lernen Ihre Schülerinnen und Schüler immer seltener Vokabeln und kommen unvorbereitet in die Schule? Dann legen Sie die Wortschatzarbeit einfach in den Unterricht. Mit dem neuen A-Plus ist das kein Problem. Zu Beginn jeder Unité steht eine Doppelseite mit dem thematischen Wortschatz und Erklärfilme in zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit Bild, Ton und geschriebenem Wort und eine Karaoke-Version zum leisen Mitsprechen. Es folgen Wortschatzübungen und eine Methode zum Vokabellernen. Dans ma chambre, il y a une porte. Et une fenêtre. Oui, c'est bien, une fenêtre. Il y a aussi un mur. Avec mon coin photo. C'est cool. Et il y a une armoire. Ok. Avec un poster. Moi, je suis fan de musique. Moi aussi. Il y a aussi une étagère. Bof. Et une plante. Sympa. Oh. En plus, il y a une table et une chaise. Ah oui, d'accord. Une table et une chaise. Dans ma chambre, j'ai aussi des enceintes. Super. Et une guitare. C'est ta guitare? Oui, c'est ma guitare. Ici, il y a mon lit. D'accord. Et là, il y a le lit de ma soeur. Ah, ok. Il y a aussi un bureau. Avec un ordinateur. Oui. Et une console. Cool. Voilà. Mit Aplus werden sie als Lehrkraft optimal entlastet. Und ihre Schülerinnen und Schüler haben gleich zu Beginn ein Erfolgserlebnis. Sehen Sie, das neue Aplus wächst und gedeckt. Und es ist ganz nah dran in Frankreich. La France apporte demain. Bis zum nächsten Mal. Aplus.